Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Ich habe jetzt auch recherchiert, ob es schon Podcasts zum Thema Wien gibt und da bin ich auf einen sehr interessanten gestoßen, der heißt Erzähl mir von Wien und da interviewt die Edith, die Fritzi, also das machen zwei Frauen, die eine, die Edith Michaela, ist, glaube ich, journalistisch tätig und die andere, die erzählt, ist die Fritzi Kraus, Friederike Kraus, die ist staatlich anerkannte Fremdenführerin und hat auch Geschichte und Kunstgeschichte studiert und die erzählt wirklich sehr spannend über Grätzl von Wien. Also es gibt momentan schon 70 Episoden, es erscheint seit Sommer 2018, wöchentlich und die Episoden dauern so ungefähr, ich würde sagen, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber vielleicht 20 bis 30 Minuten und ich habe schon gehört über den Zentralfriedhof, die Gasometer, über die Wienzeile zwischen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse und ich finde das sehr interessant, also es ist wirklich wie wenn man bei einer Stadtführung oder einem Stadtspaziergang dabei wäre. Sie beschreiben, ja, die Gebäude, geschichtliche Informationen, aber auch so eher amüsante Begebenheiten, also es ist wirklich sehr kurzweilig und informativ. Man merkt auch eben, dass sich die Frau wirklich gut auskennt. und ja, also ich habe jetzt einmal alle runtergeladen und werden wir in nächster Zeit alle noch anhören. Gibt es auf Apple Podcasts, Spotify und auch über die Internetseite. Die Internetseite lautet www.erzählmirvon.wien Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle Folgen sind auf www.wien-tipps.info zu finden.